Hallo ihr Ablöchchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Destiny, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und wir müssen jetzt auf den Mars und haben dort die Mission, die Säule des Gartens, Meridian Bucht, übernimmt die Kontrolle über die Säule des Schwarzen Gartens, die sich hinter der Mauer der Kabalkriegsbasis, dann Geplazy, befindet. Und er wecke das Auge des Torlords. Level 16, Keks ist gar nicht underleveled, ich bin genau richtig. Das wird schon irgendwie... Das wird schon. Spätestens bei Erwachen ist all seine Lurz, da trennt sich das Spreu vom Weizen, mein Freund. Bundeslicht Level 260 für die erste Mission. Okay, ich weiß, wie ihr das Auge des Torlords auflaken könnt. Die Kabale haben in ihrer Kriegsbasis eine Wegsäule, die mit dem Tor zum Schwarzen Garten verbunden ist. Mit dieser Säule könnten wir das Auge aufladen. Allerdings sind die Kabale dort am stärksten. Also bist du hoffentlich bereit für einen Krieg. Immer? Ich führe mit Kriegs immer Krieg. Hallo? Ich bin nicht... Krieg. Ich sag, beim vierten DLC, das Erwachen, äh, Rise of Iron, oder das Erwachen des Eisernen Lords, ist die erste Mission davon empfohlen, ist die Level 260. Die brauchst du auch. Ja, das wissen wir noch lange nicht. Da werden wir noch ein bisschen brauchen. Aber wir sind ja auch gerade mal bei der Main-Story. Da wären wir. Kämpfen wir uns in die Kriegsbasis. Dringend in die Kriegsbasis ein. Juhu. Äh, gehen wir mal den Besessenen aus dem Weg. Kriegst du bist dezent falsch, kann das sein? Nein, ich hätte es schaffen können. Verdammt. Laden. Das Event ist mir scheißegal eigentlich. Hey, hier will ich doch gar nicht hin. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber... Ja, ey, hier ist so ein... Mein Pfeiler, äh, sagt mir hier. War auch nicht dafür, dass der mich schon wieder in die Irre leitet. Mein Sparrow. Ja, das ist die erste Folge heute. Wir sind beide noch ein bisschen... ...perpennt. Geht. God". Ich weiß auch nicht, wie ich weiß. Ob er dich leer hält... Alles easy poobieasy? Joa Au, doch nicht so ganz Hä, wo waren die? Da oben Macht nischt Au, ihr sollt doch nicht von hinten kommen Ach man, ich vergesse, ich habe keine Automatik Aber warum hauen diese Säcke eigentlich immer ab? Komm doch her, wenn ich mit dir schieße Bitte schieße Ich hasse Schrobflinten Ich hasse Schrobflinten Ich weiß, sie hätten wir gar nicht erledigen müssen Aber macht nichts, es gibt Punkte Geht weiter Kicks Hab ich erwischt? Headshot Nein, hab ich nicht Anscheinend nicht Oh, noch einer Hey, hab ich mit dir Ich will doch nur mit dir reden Au Wann, oh Oh Moment kurz Will ein gescheites Schlafschützengewehr dann Okay Was? Also wie kann man hier am besten Level in Destiny Killen Wow Ein paar Kills machen, am besten Headshots Kann man alte Mission noch mal spielen? Ja Selbstverständlich Bekommt man dafür wieder XP? Ja, weniger, weil du ja jetzt Ne, ich denke, so wie wir es machen ist schon gar nicht schlecht Einzige, was ich dir empfehlen könnte wäre, dass wir beide ein paar Strike spielen Das könnte man machen Weil die geben dann natürlich auch wieder richtig XP Aber die sind dann auch wieder einen Zacken Schäfer Du erinnerst dich, wir haben nur einen gespielt Wo ist das Vieh? Hä? So, ich renne jetzt auch durch Man wird jetzt lange an die Molition zu knapp Wir könnten den Strike spielen Aber das ist riskant Ja, ja, weil bringt es mir wieder nichts Dann bist du wieder über mein Level Dann geht's Weil, guck mich an, wie oft ich jetzt verfalle Ja Dieser Beobachtungsturm da vorne Von dort können wir die Säule sicher lokalisieren Naja, nicht unbedingt Gibt da so eine Möglichkeit Das gibt's nicht Das gibt's nicht Äh, ich bin zu fett Ähm Äh Versuchen wir es bei dem Termin Die ist doch noch irgendwo einer Guten Morgen Oh Scheiße Wau Oh Meine Güte Ist jetzt mal Ruhe. Warte mal, ich hänge hier ein bisschen hinterher. Kein Stress. Wie lang lädt der denn nach? Ja, schön. So, was sollen sie wissen? So. Warte, 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 warte. Ich bin hinter dir. Macht halt null Schaden. Wo müssen wir hin? Da. Geil. Oh fuck. Oh, wo kommen die denn her? Ich muss schon mal was sagen. Ich mach das jetzt solo. Mieter gefallen. Wenn er nicht immer drei Stunden nachladen müsste. Toll. Tod. Tod. Also über meine Tode werden wir dann später nicht sprechen. Über was? Über meine Tode? Nein. Hat ja gar keinen Sinn. Komm. Hier ist alles sauber. Es ist kein Grund mehr den Kopf wegzufahren. Sind ich nicht auf der Autobahn? Da ist das in Ordnung. Ich glaube die haben uns rein gebeten. Willkommen zur Party. Ja. Ist es. Ja. 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 Kastell Scout Gewehr ist scheiße Geh weg Ist er wieder entschränkt? Ne, der ist nicht eingeschränkt Hä, was will er hier von mir? Ich gehe in die Richtung wo du bist Er dreht den Fall weg Spiel verarscht, kann ich mich auch alleine Wir kommen näher Ich habe doch keinen Questmarker Wenn der mir so hilft Ich werde das auch irgendwie alleine deuten Regionsunterkunft Oh, hier ist es hübsch Oh, hier bleibe ich Wir müssen über diese Brücke Mäh Yo Da ist die Säule Da vorne Au Wo bist du? Oh Gott Oh Gott Was hat mich da getroffen? Irgendwas Beben Oh, scheiße Nein Guten Morgen Sie haben da eine Faust im Rücken Hmm Au Wieso können wir nicht mehr solche Waffen haben? Weil wir Noobs sind Loll Loll Aua Immer diese Sniper Fuck Alles gut? Mhm Wir müssen da hin Was? Dann nehme ich doch den äußeren Weg Du übernimmst die Kabale Oh Und ich das Auge Fuck Centurio Ich weiß Ah Oh Gott Breit Ich weiß Ich habe ihn auch erschossen Ich habe ihn auch erschossen Ich habe ein Granatmeerwerber auch ein bisschen vorgearbeitet Wenn ich mit einem Raketenmeerwerber Wäre super Wenn ich mit einem Raketenmeerwerber Wäre ich mit einem Raketenmeerwerber Ich habe ihn auch geschossen Ich habe ihn auch geschossen Hallo schick Deine Super ist geil Da Eine Verbindung zur Säule Bring mich hin Bin noch dabei Jetzt mal nichts Jetzt mal nichts Schwesterweise mache ich die ganze Zeit den Modi Punkt und ich weiß nicht wie Hey Hey, warum ist er wieder ein Strick auf einmal wieder eingeschränkt? War er doch Eben noch nicht Doch, die ganze Zeit schon Oh Eine ganze Menge Dünnpfiff Muss mich raten Nichts Oh Schade Magic Jetzt hast du es kaputt gemacht Da kommt der Endboss Was hast dich getroffen? Ah, ow Ah, ow Kein Bock mehr Boah, fast Level 15, Alter. Ooooooh, fuck. Warum heißen die alle Primus? Was soll die Kacke? Warum heißt alles, was böse ist, Primus? Wow, 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 wow. Mami. Aua. Im Ernst? Ja, ich... Habe ich vielleicht das Lichtlevel? Ja, ich nicht. Ich auch nicht. Aber du bist voll... Du hast aber ein bisschen Waffenweg und ein bisschen Rüstung. Gar nicht wahr. Okay. Warum jetzt alle auf mich? Geh zum Keks. Dir geht's aber schon noch gut, oder? Nein! Ja, schön, dass du wieder da bist. Jawohl. Das gibt mir jetzt auch nicht Punkte für dich. Oh, 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 oh. Oh, alle weg. Was? Ja, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. um so ist die Story vorbei ich stehe die sich die Folgen in die Köln ja mal gespannt eine Tode oh 15 Tode wir gucken da gar nicht hin was ist das wie konntest du mehr Kills machen wie ich obwohl ich vorgetan bin und alles gekillt hab ähm, weil du häufiger gestorben bist und ich dir den Arsch retten musste äh, ja, das kann vielleicht sein und war meine Super auch manchmal 4 oder 5 Gegner mit einem Schlag wegnatzt oder wenn's doof läuft auch mal 20 mh ja, die Super ist geil aber wir brauchen auch den Jäger also ich werde mir auf jeden Fall nochmal einen Warlock und einen Jäger weil ich mir beides hochspiele dann bin ich ja mal verspannt jedenfalls hab ich jetzt schon wieder ein geiles Stabschützungsgewehr gekriegt das braucht man auch so, dann, dein Teil das ist dein Teil bin ich ammoderiert? ja ja dann, danke fürs Zusehen Wiederschauen und reingehauen ui bye bye soll man schnell ein paar Upgrades machen hier Kornik kann nur durchdringt ihre Ziele und kann mir der Ziele schaden aaaah ja, ihr seht, ich war gestern ein bisschen Glimmer fahren ähh 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 du hast die Präzision beim feuern aus der Hüfte Du warst ein treuer Begleiter hier, Pompej, LR2, aber ich brauch den nicht mehr. 85, 79, okay, Mensch, mir alles zerlegen hier. Gehen wir dann kurz zum Turm? Ja, können wir machen. Müssen wir sowieso. Müssen wir sowieso.